Jo Moin Pyros. Ja heute ist erstmal hier ein bisschen Location-Wegs bei der Annumeration, weil meine Freundin noch im Bett jetzt so schläft, da wollte ich mich so extrem stören. Wir haben jetzt 5 Uhr 25, es geht jetzt gleich los um 6 ungefähr, um Kurs nach 6, geht es jetzt zum Kollegen gehen und dann ist endlich mit einem Verkauf los heute. Die ganze Zeit drauf gewartet, jetzt geht es endlich wieder los. Ja, bei mir war es nicht so extrem viel, weil ich heute noch gehe, dann wird wahrscheinlich morgen Sonntag noch irgendwas passieren, Montag und Dienstag und ich gebe meine Online-Bestellung noch. Ja, als allererstes denke ich mal, fahr mal zum Fach in den müssen wir mal gucken. Wir machen euch um so 7 Uhr auf und ja, dann werde ich euch den Tag mal etwas mitnehmen. Ich werde nicht überall filmen, aber schon so ein bisschen oder so ein paar Eindruck gegeben. Alles klar, viel Spaß Pyros und ja. Ich bin gerade ein bisschen. Ja, das ist so eine Ballerkette bei 2 Euro. Ich weiß nicht, ich bekomme die Balls. 2,50 Euro, die sind teuer. Die kostet mal bei 2,90 Euro. Ja, die gibt es auch anders noch. Ja. Ja. Aber die gibt es auch hier. Die gibt es auch, die gibt es auch hier. Die gibt es auch hier. Die gibt es auch hier. Ja. Heute ist der kleiner Einkauf beim Fachhändl. Zwei Punktebatterien und ein bisschen gute Dach und so ja und du hast auch noch Oh, was gut ist da. Läuft. Ah, ich wollte es dir gerade machen. Boah, Junge. Was hast du denn alles geholt, Alter? Wir haben Party noch. Du hast den ganzen XSL-Dinger noch geholt. Du hast ja auch einer, ja. Ey, Junge, der Wagen ist fast nur mit Funke voll. Ich hab ja auch Funke alles drin. Der LKW ist ja auch, Leute. Boah, Alter. Also, wir können noch ein bisschen nehmen. Also, das ist... Alter. Guck mal, die... Boah, ey. Da, hier ist das. Ja, gierige Holländer. Ja, Alter. Lidl in Kalgenwürschen. Ey, wenn du an der Grenze zu Holland bist, ey. Wenn man nur eine Schokolade kaufen will, dann brauchst du... Alter. Guck mal, da... Alter. Ja. Ja, da kannst du nicht mal eben so drauf. Lass mich nicht mal rein. Ey, wir können den Settershop hier vergessen. Ja, wir fahren da irgendwo anders hin. Ja, wir sind jetzt ein bisschen rein. Ja, wir sind jetzt hier. Ja, wir sind jetzt hier. Ja, wir sind hier. Ja, hier ist ja kein Zeug. Das ist der Präsident Piro, ne? Center Shop, Junge. So, du Clown kommt nach vorne. Du wolltest da durchgefahren und den ganzen Scheiß kaufen? Wo hätten wir die beiden das im Auto unterbringen können? Auf dem Dach. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. What's this? Action. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Alle sind so zu feuer. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.